hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von fastmo phobia heute wieder dabei der gute michael der lasse und ziege wie mit der spendierhose oder auch nicht was haben wir denn fein ist wir haben das farmhaus ist es so korrekt auf richtig wir müssen ein foto vom geist machen reinigen bereich mit räucherstäbchen wir brauchen ein emf reader die person wo wir suchen oder besser gesagt der geist ist paul wilson und er reagiert nur auf personen die alleine sind so kamera hat jemand schon das fieber thermometer dabei dann nehme ich diesmal sprach box mit das sind die anderen zwei schon drin gang bist du hier nichts erkannt eins zwei drei vier eckstein alle müssen versteckt sein die uhr stimmt aber auch nicht wo du gerade an der wand ist wo ist hier bist du hier bist du hier rede mit mir bist du hier box hat das buch geschrieben also der geist ist sehr aktiv wünsch behauptet ja es wird auch nicht wo abgewandert von mir sind also ich habe nichts mehr ich komme runter oben habe ich nichts gefunden außerdem ja es ist unten ja es ist ja auch noch auf hände können oder so wir haben noch nichts erfüllt eine räucherstäbchen impf reader ha 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 ich habe den impf reader genommen ha 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 nein es ist ein dämon ein ein emf dämon hat jemand auf die kamera geguckt ob da noch irgendwas ist bist du hier er reagiert ja nur auf alleine in der stelle an der stelle reichert man sagt wir haben fließen oder er dann haben wir alles haben er zeige ich wieder laut ihm die ganze zeichen zeige dich ist er jagt uns ok easy wollte ich mich einfach hier krepieren lassen mach voll mir die tür zu bisschen verlust ist immer du bist die opferziege nicht ich ja ich opfere leute deswegen opferziege ja ja ich lasse dich jetzt alleine drin kannst du machen was du willst ja wir haben leider noch nicht alles wir müssen noch einmal räuchern ich bin mutig ich gehe jetzt für uns die emissionsziel hole ich räuche eine runde als ich nicht mehr kommen denkt an mich sollte ich nicht mehr zurückkomme denkt bitte an mich nein alles für die einschaltquote ja die einschaltquoten so hat jeder dämon drin moment tatsächlich noch nicht einmal mit profis wir haben noch zeit ja 210 bucks ja das hat sich gelohnt er war jahre gefährlicher so einmal alles was haben wir noch also was haben wir noch feines also wir hätten zweimal profis und zwar fortgeschritten als soli um pro b richly profi kräften farmers fortgeschritten und von school fortgeschritten ich weiß nicht asyl um jetzt noch mal dran zu hängen wäre ein bisschen krass ja das war genau das klingt gut ja ich bin bereit ich bin soweit ich bin bereit so dann machen wir noch ein kleines häuschen nebenbei gucken ob wir das gleich hinkriegen können interessant werden naja aber zu mir sage ich wäre so für die allscheine gute geld geile ja ist mir klar habe ich das denn bitte gesagt ja ja michael was haben wir dann feines was haben wir denn ein geist entdeckten beweise übernatürliche mp3 grad temperatur und reagiert alleine und auf gruppen perfekt jetzt also ich habe schon musste beide ms wieder ich habe thermometer und ich habe kassel wachsen thermometer weil es immer schon gut ausgerüstet der sport schießt hallo guten tag wir sind die von gas was er scheiße müssen nun gucken ich bin schon mal hinten gibt uns ein zeichen ich habe schon geister box habe ich schon gehört echt jetzt die treppe hier im spielzimmer irgendwer hat schon ein foto gemacht glaube ich e mf habe ich noch nichts macht dreckiges wasser e mf 2 bist du hier Gib mir ein Zeichen Jetzt sei weit weg Bist du hier? Ich meinte, du bist weit, weit weg Ah ja Bist du hier? Ah, 10 Grad Ich platziere mal in der Gange Buch Ja, 9 Grad Schreib in das Buch Ich geh schon mal Ding mit Stativ holen Nein Also bis jetzt haben wir nur, äh, Spachbox, mehr haben wir bis jetzt nicht Ja, ja, bis jetzt nicht zu kommen Hallo Hallo Ja, aber Thermometer hat immer noch nicht funktioniert Ja Kommt vielleicht noch Thermometer hat noch nicht funktioniert Geister, Orbs, Geister, Orbs Da haben wir alles, oder? Holdergeist oder Jim? Mare Hä? Was haben wir noch? Kann ich hier extra Fingerabdrücke? Nein Nicht, dass ich wüsste Fingerabdrücke Ah, okay Wurde jetzt gesagt Fingerabdrücke, Fingerabdrücke Achso, Beutergeist Hä? Beutergeist Ja, da müssen wir nur noch gucken Ich gucke, dass wir Raum finden unter 10 Grad Und Zeugen vom Geister-Event-Bade Ja, aber ich will Ich habe eben nichts verstanden Ihr müsst die Schranktür fotografieren Von dem Schrank im Flur Da, wo die Fingerabdrücke sind Okay Okay Hast du? Ja Vielleicht ist es so besser im Moment Ich habe schon, habe schon, habe schon Ah, gut Zeige dich Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Hier, next Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen So, ich habe schon über 6 Grad Das sollte reichen Ich, ich gehe prüfe Zeige dich Ja, ich komme da raus Wie haben wir sonst alles? Geht's eventuell nicht? Ja, ich gucke gerade Also, ich prüfe mal, was noch fehlt Achso, ich dachte, das wäre tatsächlich nur die Temperatur noch gewesen Ne, ne, ich glaube Geister-Event fehlt noch Zeige dich Wie heißt der Geist? Thomas Martin? Übernicht sehr Ja, genau Thomas Martin heißt er Thomas Martin, zeig Thomas Martin, zeig Ja, das ist das einzige, was noch fehlt, ist Geister-Event Da haben wir alles Thomas Martin, wo bist du? Thomas Martin, bist du hier? Thomas Martin, gib uns dein Zeichen Thomas Martin, gib uns dein Zeichen Thomas Martin, gib uns dein Zeichen Thomas Martin, du bist hier Mich ja ja mitbekommen, Kind Thomas... Talk, Thomas Martin, mi zeige dich Ich bin wichtig Thomas Martin Thomas Martin, bist du hier? Thomas Martin? Martin, zeige dich Thomas Martin, zeige dich Thomas Martin, zeige dich Performance-Marten, ich habe da sein Zeichen Thomas Martin Behind Was ist er wie denn hier? Zeige dich Zeige dich Thomas Martin Gibt mir ein Zeichen. Thomas Martin, bist du hier? Thomas Martin, zeige dich. Thomas Martin, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bloody Mary. Mensch, das funktioniert? Es gibt Wörter, die Marke nicht rastet. Also es geht nicht mit dem Namen. Und ich weiß, dass Bloody Mary dazugehört. Okay. Außer Themen wie, äh, ich hab Angst vor so Marke auch nicht. Das mach ich auch für dich nicht. Bloody Mary. Ich hab Angst vor Ziege. Was? Hilfe, die Ziege, verfolgt mich. Bloody Mary. Ah, jetzt hab ich wieder die Schwestrauschen. Ach, nö. Thomas Martin, zeige dich. Thomas Martin, wo bist du? Er scheint... Jagen. Ja. 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 Da ist... Ich bin tot. Nein! Ja. Michael! Ich hab's noch heute. Ich hab ihn grad noch gesehen. Ich hab kein Foto machen können. Ja, ich hab grad gedacht. Wo ist jetzt Michael gestorben? Hier drin, im Schrank. Aber die Leiche ist halt wohl weggepackt. Okay, dann gehen wir raus. Wir gedenken dann an Michael. Wenn wir beim Burger King sind. Wir können das Burger King verlegen. Naja, ich kann mir ne halbe Pommes leichte. Oh. Tschüss! Nee, 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 nee. Kannst du vergessen, ich bleib diesmal nicht auf der Veranda steh, du. Pissvorel. Hahahaha. Hosa, ganz schön runter gezettelt. Ach, wie schön. Na, alle tot? Fuck. Nix wie weg. Aber es war nur im Mai Glück ohne Ende. Ich konnte raus und hinter mir direkt die Tür zu. Ja. Wir haben alles sehr schön. Hat hier der Poltergeist reingenommen? Also, wenn wir jetzt nicht Zeugen vom Geist-Event geworden wären, wenn Michael tot ist, also wüsste ich auch nicht weiter. Ja. Ja. Er hat die 225 nach der Jagd direkt nochmal gezeigt. Ich hab ihn gesehen, aber ich konnte nur den Foto machen, weil ich irgendwas anderes in der Hand hatte. Ja. Na ja, dann. So, dann ist der Abfahrt. Aber ein gutes Kind auf jeden Fall. Ein großes Kind, volle Dinge. Ja, 210 Bugsnummer. Ein 80-großes Rauschebart. Ja, genau. Unhackebeite. War wirklich so. Ein 80-großes Rauschebart. So, aber in dem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten für's Mitspiele. Wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, teilen, favorisieren. Das helft uns allen weiter. In dem Sinne, haut rein, genießt den Tag und Fuss. Ciao, ciao.